Wir freuen uns, dass Sie einen Online-Kurs bei der Volkshochschule Leipzig gebucht haben. Ihr Online-Kurs findet auf der Lernplattform VHS-Cloud statt. Wir zeigen Ihnen im folgenden Video Schritt für Schritt, wie Sie an Ihrem Kurs teilnehmen können. Befolgen Sie diese Anleitung am besten direkt, nachdem Sie Ihre Zugangsdaten von uns erhalten haben. So haben wir genügend Zeit, Sie bei Fragen oder Problemen zu unterstützen. Schritt 1. Registrierung als Kursmitglied Um an Ihrem Kurs teilzunehmen, müssen Sie sich zuerst als Mitglied in der VHS-Cloud registrieren. Wenn Sie sich schon früher registriert haben, überspringen Sie diesen Schritt. Das Registrierungsformular finden Sie auf der Website www.vhs.cloud Klicken Sie nun auf den Button mit der Aufschrift Registrieren. Im Anschluss klicken Sie auf den Button Als Kursteilnehmerin registrieren. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf den Button Jetzt registrieren. Sie gelangen zum Registrierungsformular. Tragen Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und Ihre E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse werden direkt im Anschluss an die Registrierung Ihre Zugangsdaten gesendet, mit denen Sie sich zukünftig einloggen können. Im nächsten Feld müssen Sie sich einen Benutzernamen geben. Dieser ist Teil Ihres Logins für die VHS-Cloud und für andere Mitglieder sichtbar. Der Benutzername ist später nicht mehr veränderbar. Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Umlaute. Der angezeigte Name im nächsten Feld ist der Name, den andere Mitglieder in der VHS-Cloud sehen, wenn Sie auf Ihr Profil klicken. Den angezeigten Namen können Sie jederzeit ändern. Damit Ihre Kursleitung Sie zuordnen kann, ist es sinnvoll, hier Ihren Klarnamen zu verwenden. Zum Schluss müssen Sie die AGB sowie die Datenschutzerklärung akzeptieren und auf den Button Registrieren klicken. Wenn Sie sich registriert haben, bekommen Sie an Ihre E-Mail-Adresse ein Passwort zugeschickt und können sich damit direkt einloggen. Nach dem ersten Login müssen Sie Ihr Passwort ändern. Notieren Sie sich das Passwort an einem sicheren Ort. Wichtig! Registrieren Sie sich bitte allerspätestens 30 Minuten vor der ersten Kursstunde in der VHS-Cloud und melden Sie sich in Ihrem Kursraum an. Andernfalls kann es sein, dass Ihre Kursleitung Sie nicht rechtzeitig in den Kursraum aufnehmen kann und Sie die erste Kursstunde verpassen. Schritt 2 Anmelden für den virtuellen Kursraum Jeder Kurs hat einen eigenen virtuellen Kursraum. Also ein eigenes Klassenzimmer. Hier können alle Teilnehmenden gemeinsam lernen und sich austauschen. Diese Räume sind mit einem Passwort geschützt, damit nur diejenigen Zutritt erhalten, die sich für den Kurs angemeldet haben. Das Passwort ist der sogenannte Kurscode. Den Kurscode bekommen Sie in der Regel drei Tage vor dem Kursstart per E-Mail von uns zugeschickt. Wie können Sie sich im virtuellen Kursraum anmelden? Loggen Sie sich zuerst auf der Startseite der VHS-Cloud ein. Das geht mit Ihrem Benutzernamen, den Sie sich bei der Registrierung gegeben haben und der immer auf atvhs.cloud endet. Und Ihrem Passwort. Sie landen zuerst auf dem sogenannten Schreibtisch. Das ist Ihre ganz persönliche Arbeitsfläche, auf die niemand außer Sie selbst Zugriff hat. Von hier aus finden Sie den Weg in Ihre Kursräume und können einem neuen Kursraum beitreten. Klicken Sie dazu auf die Kachel Neuem Kurs beitreten und danach auf Kurs mit Kurscode beitreten. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie den Kurscode aus der E-Mail mit den Zugangsdaten eingeben. Klicken Sie anschließend auf Anmelden. Achten Sie darauf, dass Sie den Kurscode vollständig eingeben und sich keine Leerzeichen oder Tippfehler einschleichen. Danach öffnet sich ein Fenster, in dem Sie der Moderation des Kurses, also Ihrer Kursleitung, eine Nachricht schreiben müssen. Zum Beispiel können Sie schreiben, Guten Tag, ich möchte an Ihrem Kurs teilnehmen. Klicken Sie danach auf Absenden. Jetzt weiß Ihre Kursleitung, dass Sie in den Kursraum möchten. Erst nachdem Ihre Kursleitung Ihre Anfrage bestätigt hat, sehen Sie Ihren Kursraum in der VHS-Cloud. Klicken Sie dazu im Menü oben rechts auf Meine Kurse und wählen Sie den richtigen Kursnamen aus. So landen Sie im jeweiligen Kursraum. Wichtig! Manche Kursleitungen bearbeiten die Anfragen erst kurz vor dem Kursstart. Schritt 3. Beitritt zur Konferenz Die meisten Online-Kurse finden live in der VHS-Cloud per Konferenzfunktion statt. Loggen Sie sich spätestens 5 Minuten vor Kursstart in die VHS-Cloud ein. Klicken Sie rechts oben im Menü auf Meine Kurse und wählen im Anschluss Ihren Kurs aus. Im Kursraum angekommen, finden Sie rechterhand die Funktion Konferenz. Klicken Sie auf Zoom bzw. Big Blue Button im neuen Fenster Starten. Gegebenenfalls müssen Sie kurz warten, bis die Kursleitung die Konferenz betreten hat. Wir empfehlen Ihnen, an einem ruhigen Ort mit stabiler Internetverbindung teilzunehmen. Für eine bessere Tonqualität empfehlen wir Ihnen, ein Headset zu verwenden. Wir hoffen, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hat Ihnen geholfen, den Weg zu Ihrem Online-Kurs in der VHS-Cloud zu finden. Bei Problemen können Sie sich an unsere Kolleginnen aus dem Service wenden. Diese erreichen Sie unter vhs-service-at-leipzig.de. Melden Sie sich bitte rechtzeitig, damit wir genügend Zeit haben, Ihnen weiterzuhelfen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Online-Kurs. Ihr Team, der VHS Leipzig. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Online-Kurs.